Hallo meine lieben Zusehen und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin Update auf dem Kanal. Es ist der 24.06.2018, wir sind unter 6000 Dollar gebrochen und sind von den 5800 Dollar erstmal gebounced. Wie nachhaltig das Ganze ist und wie eben unsere Targets nach oben jetzt aussehen, all das schauen wir uns jetzt gleich konkret an. Heute mal ohne Intro, einfach direkt darauf los, ein kompaktes Marktupdate. Wir sind jetzt hier am Bitcoin 15 Minuten Chart und wir arbeiten uns dann hoch auf die höheren Timeframes und starten jetzt konkret an dem Punkt, wo wir das letzte Video beendet hatten. Wir hatten von 6100 Dollar auf 6700 Dollar wirklich einen schönen Uptrend gesehen mit einer Serie von höheren Lows und auch höheren Highs. Dieser Uptrend hat dann auch hingedeutet auf ein Bulls Szenario, was wir auch im letzten Video besprochen haben, nämlich am Daily Chart hatten wir wirklich endlich mal diesen Trendlinienbruch vom RSI, wo wir diesen Downtrend durchbrochen haben. Wir haben den McD gesehen, der McD hat wirklich auf ein positives Szenario hingedeutet und trotzdem haben wir es nicht mal geschafft, die 6700 zu brechen. Wir haben nicht das Szenario gesehen Richtung 6,950, sondern einfach konkret diesen Abverkauf. Das Einzige, was dann wirklich noch darauf hingedeutet hat, war das Rumtaumeln an der unteren Supportlinie des Dreiecks und eben diese volumenlose Zeit, wo jeder Abverkauf, jeder Bounce von dieser Supportlinie abverkauft wurde und dann eben zu einem Drop geführt hat Richtung 5800 Dollar jetzt konkret, wo wir jetzt eben den Bounce sehen. Warum? Erzähle ich euch dieses Beispiel nochmal oder warum gehe ich auf das Beispiel nochmal ein? Ich finde, es beschreibt das Sentiment des Marktes momentan recht gut. Der Markt ist short, der Markt ist bearish und das sehen wir einfach auch an diesen Sachen. Wir haben wirklich einen Fall von 3800 Dollar gesehen, haben stabilen Support etabliert bei den 6100 Dollar, haben dann wirklich einen kleinen Move nach oben gesehen, haben dann wirklich die Zeit, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt die Tether News, wir haben die Nasdaq Sache, wir haben diesen Bitcoin ETF, der immer konkreter wird und selbst dann brechen wir nicht mal diese eine Resistance Line und schaffen nicht mal ein wenig Gegen-Move im großen Downtrend. Natürlich wäre noch weiterer Downtrend prognostiziert gewesen, aber wir haben immer diese Oversault-Bounces und die Oversault-Bounces werden einfach immer geringer, auch wenn er jetzt wirklich explosiv ist. Wir starten jetzt aber auch damit in dem Video diesen neuen Bounce zu bewerten, weil ich glaube, dass es für die Zuschauer ziemlich interessant ist und ich habe das zwar jetzt erst kurz analysieren können, weil das gerade erst jetzt passiert ist, aber konkret sehen wir jetzt wirklich mal eine Candle auch am Daily Chart, die wir so sehen wollen. Aber wir wechseln jetzt mal auf den 1-Stunden-Chart und dann zeige ich euch die kritischen Zonen, die gebrochen werden müssen. Die sehen wir auch schon hier, wir haben hier die 100-Day Moving Average, wo wir erstmal abgeprallt sind und wir haben konkret diesen sehr kritischen Bereich hier. Das ist der Bereich, wo sich entscheiden wird, ob wir jetzt die nächsten Tage oder die nächsten Wochen, wahrscheinlich eher sogar die nächsten 1-2 Wochen, wieder einen kleinen Uptrend sehen können im größeren Downtrend oder ob das wirklich nur ein Fake-Bounce war, natürlich 400 Dollar Fake-Bounce wäre schon ziemlich krass, aber dieser Bereich muss einfach gebrochen werden, um mehr Short-Positionen zu squeezen. Wir hatten jetzt schon einen Short-Squeeze, es wurden viele Short-Positionen liquidiert, es wurden viele Stopplotters gejagt, es wurden sehr große Short-Positionen dazu gezwungen, zurückzukaufen, aber dieser Bereich wird darüber entscheiden, weil einfach konkret in diesem Bereich immer das Stack von der Short-Positionen beginnt. Also ich kann es euch sagen, dass die ganzen Trader immer noch mit dem Trend gehen, der Trend ist Short und die sagen nicht, sie spielen die Bounces, sondern die sagen, okay, ich schaue mir die Resistance-Bereiche an und stack da meine Shorts rein und jemand, der hier in dem Bereich seine Shorts rein stackt, hat schon mal keinen schlechten Gewinn, kann ich euch sagen, auch wenn sie jetzt für den Otto-Normal-Verbraucher jetzt vielleicht nicht so krass aussieht, aber das sind schon mal 1,66% für Leute, die viel Geld haben oder auch mit viel Geld Positionen spielen, die machen mit so einem Bounce schon mal knapp 2000 Dollar um den Dreh rum bei 100 bis 150k Positionen. Einfach indem sie ihre Short-Positionen in diesem Bereich rein stacken, natürlich, wenn der Bitcoin hier noch weiter fällt, dann machen die noch mehr Geld. Was sie machen, sie stacken ihre Short-Positionen hier rein und sie setzen einfach ihren Stop-Loss hier oben hin, ja, und das war dann wirklich so ein Setup, was solche Leute spielen und worauf eben die Leute schauen, weil der Trend ist Short, egal was ich sagen, egal wie gut der Bounce war, der Trend bleibt Short und der Trend wird Short bleiben für die nächsten Wochen oder ein, zwei Wochen, solange wir nicht diesen Bereich brechen. Merkt euch diese Zone, diese Zone ist ultra wichtig, wir müssen die Zone hier brechen. Wir sind jetzt auch am Daily Chart und am Daily Chart sehen wir eine Candle, die ein wenig auf Hoffnung schließen lässt. Es ist eine Art Hammer-Candle, die jetzt wieder rot gefärbt ist, aber vorhin noch grün war. Ist er nicht egal, die Farbe, um was es geht, ist der Wig nach unten. Wir sehen diesen starken Kauf von hier unten. Die Candle sieht positiv aus, könnt ihr für weiteren Uptrend sprechen, aber wie gesagt, 6200 ist die Zone, die gebrochen werden muss. Wenn 6200 gebrochen werden muss, entsteht Short-Panik, es entsteht mehr Bull-Formu sozusagen und es werden mehr Short-Positionen liquidiert, viel mehr wie jetzt. Und das ist einfach der Bereich, der gebrochen werden muss, damit ihr die Uptrend-Targets wisst. Was wir jetzt hier auch noch sehen am Daily Chart, der RSI, dieser Support hat anscheinend wiedergehalten, auch wenn wir ihn nicht mal direkt getroffen haben. Wir haben hier diesen Support etabliert am RSI, wo wir konkret sehen, dass wir 2-3 Mal davon gebounced sind, damit diese kleine Bounce zählt eher sogar 4 Mal. Und die absolute Meltdown-Zone, von der wir letztes Mal gebounced sind, ist dieser Bereich hier. Wir müssen uns jetzt auch anschauen, wie sich der RSI entwickelt. Was bearish wäre, was ich euch gleich sagen kann, was bearish wäre, wäre, wenn der RSI wirklich wieder schnell hoch geht und der Preis nicht wirklich schnell hoch geht. Das heißt, wenn wir uns jetzt bald wieder bei 6700 vorfinden und dann ein RSI in diesem Bereich hier oben haben, dann wäre das eher wieder ein Zeichen dafür, dass der RSI nur mal schnell resettet wurde, um weiter zu shorten oder um den Kurs weiterhin fallen zu lassen. Ich will jetzt aber auch nicht zu bearish sein. Wir haben hier noch den Weekly Chart. Am Weekly Chart haben wir konkret diese starke Support-Zone. Ich sage Konkret-Zone und nicht in einem fixen Bereich, weil es einfach um diesen Bereich hier geht. Wir haben die 50-Day EMA oder die 50-Week EMA signifikant durchbrochen, ohne jegliche Gegenwehr fast, außer diese kleine grüne Kennel hier vielleicht. Aber der nächste Halt ist mal im konkreten Fall bei den EMAs die 100-Day EMA und die 100-Week EMA sozusagen eher, also nicht Day EMA, ihr wisst, was ich meine, wir sind auf dem Weekly Chart. Aber das ist konkret eine EMA, die wirklich sehr viel Verwendung findet auf den höheren Timeframes von dem Weekly Chart und wo wir wirklich eine starke Bounce-Zone haben, weil wir auch hier dieses Fit-Level haben vom 0,786 Bereich, das wir vom letzten Cycle angezogen haben, also wo wirklich der größte Updruck gestartet ist. Was ich euch konkret mit diesem Video sagen will, die Support-Zone hat hier erstmal stark gehalten. Es ist sehr positiv für die Bullen und auch für uns alle, weil ich denke, wir sind alle Bitcoin-Bullen im Long-Term-Bereich, auch wenn wir jetzt vielleicht mit dem Trend Short gehen. Es ist gut, dass wir jetzt diesen Bounce erstmal gesehen haben, weil alles andere wäre komplett der Kapitulation gewesen und hätte wirklich für ein 3K, 2K-Szenario gesehen. Diese Szenarien sehe ich auf keinen Fall. Ich denke nicht, dass wir zum Schlimmsten draußen sind. Ich denke, selbst wenn wir jetzt einen Bounce sehen und wenn wir weiter nach oben gehen, werden wir massive Probleme haben, wie so Trendline, die von hier nach oben unten kommen. Und spätestens, alles spätestens, bis jetzt wurden alle Bounces stark abverkauft. Der Trend ist Short, der Trend ist extrem Short. Die Leute stacken eher ihre Shorts, anstatt nachzukaufen. Und solange sich das nicht ändert, werden wir bestimmt noch in diesem Bereich hier fallen. Das wäre der Bereich 5.000. Und in dem Bereich 5.000 ist halt dann das 8. Problem, es liegen viele Stop-Losses. Und wenn diese Stop-Losses auch nochmal getriggert werden, dann sind wir auch ganz schnell bei 4.400. Das wäre so die absolute Meltdown-Zone für mich. Ich habe kein 3-K-Szenario, ich habe kein 2-K-Szenario-Szenarien. Halte ich für Schwachsinn und halte ich wirklich für übertrieben. Aber ihr solltet jetzt auch keine Form haben. Wie gesagt, 6.200 ist die entscheidende Area. Wenn diese Area gebrochen wird und wirklich gut durchbrochen wird, nicht von ein paar Dollarn, sondern wirklich darüber geschlossen wird, dann werden mehr Shorts gejagt und dann wird der kurzfristige Bounce höher ausfallen und wirklich Richtung 30-Day, also 30-Day EMA am Daily Chart folgen, was wirklich dann wieder für ein 7K-Plus-Szenario sprechen könnte. Aber momentan müssen wir uns einfach noch anschauen, ob diese Zone bricht. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Euer Techniker Kuttler.